Hey, ja, lass das zusammen einfach so suchen und für immer glücklich zusammen leben. Ich zieh sie auf wie ne Tochter, Mami Rover, okay, ähm, gut, also alles, alles bestens einfach. Ja, nicht dein Fehler, nicht dein Fehler, ja, ja, alles gut, alles gut. What the fucking hell? Oh, ein Stück Papier. Hm. Okay, verstehe. Hast du was gefunden, Lady? Friss sie voll. Danke, danke. Ja, natürlich. Ja, ne, alles gut, ich ess schon. Ja, aber du auch. Du auch, ne? Du als erstes Mann. Auch. Okay, dann stellst du dich hier drauf für mich. Hm. Okay. Und dann, zack. Komm durch, Lady. Kommen sie, kommen sie. Dann stell dich bitte auf eins drauf. Kannst du bitte. Okay, dann. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du das da drüben haben wolltest. Mein Fehler. Hits on me. Okay. Ja, natürlich. No diff. Ja, ich würd schon giga cool finden. Hätte man jetzt mit Changlias Kinderversion spielen können. Das wär geil gewesen. Aber natürlich viel zu aufwendig. That's cool. No diffing. Ist das... ...the key to that door? Yes. Und die tacit discords... ...just devoured... ...the frequencies of the guard on door duty. Alles klar, ich sehe ihn. Findet ihr was? Lass mich durch hier. Hey, alles gut. Wir sind bald da. Es sieht ein bisschen schrecklich, aber... ...actually... ...it tut es überhaupt nicht. Ja, das sind nur die Sounds, die man so normal was macht. Manchmal schreie ich aber... ...auf einem. Passiert. Shit happens. Natürlich. Ich bin auch ein Resonator. Du kennst. Mein Forte ist ein sehr starker. Ich kontrolliere das Feuer. Ich kontrolliere das Feuer. Es ist heißer und wärmer als Feuer. Es kann die Kälte wegwerfen und Monster wegwerfen. Trotzdem siehst du sehr müde aus. Und auch ziemlich verletzt, Lady. Ja, das wirst du schon mal schaffen. Der Resonator, der mir über meine Forte erzählt hat, sagte... ...if ich es nicht richtig benutze, werde ich jung sterben. Sie sagten auch viele Dinge, die ich nicht verstehen konnte. Sie sagten mir, ich sollte es nicht zu oft benutzen. Aber wenn ich meine Forte nicht benutze, werde ich durch die tacit disc... Was ist der Punkt, dass ich eine längere Leben leben kann, wenn ich überhaupt nicht überleben kann? Das ist wahr. Ich will leben. Ich will ein starker Gründer werden. Ich will gute Kontrolle über meine Macht haben und die Menschen, die mich in der Vergangenheit haben. Keine Sorge, das schaffst du alles. Ich weiß das, ich kenne deine Zukunft ein bisschen, ne? Und dann... Ich werde ein friedlich und prospere Welt für alle machen. Ja. Das ist ein sehr schönes Ziel. Ja. According to the village teacher, das bedeutet, dass Kinder nicht mehr in Gefahr von Monster sein werden. Wir haben alle genug zu essen und stabiler Leben. Klingt doch super. Es hat immer viel zu lernen. Also... Ich muss jemanden wirklich stark finden und von ihnen lernen. Frag mich. Frag mich. Frag mich. Frag mich. Frag mich doch. Ja. Bla 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 bla. Aber kann ich dein Meister jetzt werden? Aber versprich mir trotzdem natürlich, dass es dir gut geht und so. Aber kann ich jetzt dein Meister werden? Hinten? Ja. Ich verstehe. Ich werde mein Bestes machen. Was ein klanziges Platz. Hm, ja, dachte ich mir auch gerade. Ja, ich würde sagen, ich habe es eigentlich schon. Warte mal, ist das die Erwachsene Zhang Li jetzt? Sieht doch auch aus wie sie, oder? Oder bin ich dumm? Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Into the sun. The past. This place. It looks familiar too. These are my memories. Recreated inside this sonorosphere. As I stood inside. Both Rover and the Fraxodus vanished into thin air. The frequencies are constantly changing. The flow of time is chaotic. Just like it had been on Mount Firmament. A sonorosphere affected by temporal disruption. Once someone enters, there's risk of being stuck inside forever. Klingt ja super. Nice one. The master had planned all of this. Did he do this to mislead? To separate? Or perhaps... I should be careful. Whatever the case. I must find Rover first. Oh, let's go. Jetzt spielen wir ihre Sicht. Oh, Tang Yi. Wirklich, das Model sieht halt so gut aus schon. Das spielt sich alles so clean. Oh, was ist hier denn? Oh, was ist hier denn? Ich kann es essen, ich glaube. Hm. Oh, gibt es da vorne ein bisschen Stress oder? Oder was ist hier los? Ich werde hier größtenteils natürlich mit Tang Yi selbst spielen. Oh, also wirklich, wenn ich Encore hätte, ich würde zu 100% für Tang Yi gehen. Ich habe jetzt auch im Event schon ausprobiert, wie es sich anfühlt, mit den beiden das Kombi zu spielen. Das ist insane. Das ist richtig cool. Na komm, jetzt aber auch mal sterben, langsam hier, bitte. Ich finde halt generell die Attacken sehen so fucking geil aus. Und fress das. Slay girl. Oh, haha. Äh, wo ist denn noch einer? Ach so, da. Moin. Wundervoll. Wundervoll. Lieben wir. Habe ich hier nichts verpasst? Nope. Sieht alles ziemlich gut aus hier. Wer ist die Lady hier? Hm. Oh. Ich finde das auf jeden Fall alles ziemlich interessant. Hm. Warte mal, ihr Meister warst du derzeit schon so alt? Wundervoll. Please wait. My dear, you've come all this way. What do you need from me? I... I am... You gave me some food before. I haven't thanked you yet. You misunderstood my intentions. When I sought shelter in your hideout during the rain, I gave you rations as a small token of thanks. No need to be troubled by it, little one. But... but you told me... The path to safety lies in embracing fortuitous moments. I didn't understand what you meant by that. Well now... I only said those words on a mere whim. Never expected you to remember them so clearly. The best way that the Shwen Miao is a wise hermit guru who helps people. Can you... maybe... take me as your apprentice? I've been searching for you for so long. Please, will you consider it? I want to live. Learn to control my power and become stronger. Or I won't see a peaceful and prosperous world. Do you know what defines a peaceful and prosperous world? I think it means that people can take care of themselves and have a place to call home. I... I'm a resonator too. I have to drive for you! Really hard with that, right? So... It's... Flame manipulation. Hmm... Interesting. Interessant. Sehr interessant. Junge, hört auf euch gegenseitig abzubrechen. Warte ich halt. Wow, das, das, das ist dein, das ist das, was du so, okay, du wirst im besten Satz bisher. Hm. Er hat dir wirklich den Namen gegeben. Let's go. Sehr cool. Aber die haben ja wirklich nicht allzu viel Zeit miteinander verbracht. Bist ein bisschen zu jung, glaube ich. Ein bisschen nur. Hätte ich auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. Bist ein bisschen zu junger Kind. Und du wirst sicherlich erreichen, dass du ein Dünnst ein Dünnst. Aber den Preis, den du verabschiedst, für verabschieden deinen Vorteil, kann niemals verabschiedet werden. Oh, dein Leben ist zu sein, um zu sein zu sein, als von normalen Menschen zu sein. Ja, ich verstehe. Erinnerst du, was ich dir habe. Die sind schon cute zusammen. Was er das halt alles geplant hat, dass wir uns treffen, finde ich sehr interessant auch. Facts, Facts. Da sehen wir uns. Hm. Boah, ist ja cool alles wieder. Okay, noch mehr Puzzle-Razzles. Ja, was erwartest du? Dein Meister ist auch im Psycho. Okay, warte mal. Kann ich hier irgendwie... Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Ich kann das hier aufheben. Und da reinpacken. Warte mal, warum... Okay. Warum hattest du gerade keinen Bock? Und dann noch den hier. Zack. Let's go. Der yeetet jetzt da rü... Warte, aber den brauche ich doch nicht mal. Den brauche ich hier. Da drüben brauche ich auch keinen. Der passt auch hier perfekt. Let's go. Rüber. Nochmal rüber. Ich glaube, das sollte eigentlich alles passen jetzt. See you. Let's go. Wichtig. Müssen wir stehen hier. Äh, hallo? Okay.